Guten Tag, mein Name ist Andreas Kleuth. Ich bin Produktmanager bei der Firma Schako. Ich begrüße Sie ganz herzlich auf der ISH Plattform bei Schako. Ich bin verantwortlich für die Produktbereiche Bus- und Steuerungssysteme sowie Entrauchung. Aus dem Bereich Bussysteme möchte ich ein Produkt herausgreifen. Das ist das Easy Bus, ein wirklich sehr leistungsstarkes Produkt, wird eingesetzt zur Steuerung und dem Monitoring von regeltechnischen Produkten der technischen Gebäudeausrüstung. Schwerpunktmäßig sicherlich Brandschutzklappen. Wir können aber auch in den gleichen Projekten und Systemen auch Volumenstromregler und Ventilatoren mit einbinden und steuern. Und bei einer bedarfsgerechten Steuerung von Volumenstromreglern führt das eben auch zur Energieeffizienz und Kosteneinsparung. Wir haben hier eine Besonderheit bei unserem Bussystem. Wir verwenden nur ein einziges Kabel für die Kommunikation und für die Spannungsversorgung der angeschlossenen Feldgeräte und zu regelnden Produkte. Das Produkt kann als in sich geschlossenes System eingesetzt werden, als Standalone, aber auch eben eingebunden werden in eine übergeordnete Gebäudeleintechnik. Und wenn Sie nur eine kleine Lüftungsanlage haben mit wenigen Brandschutzklappen, hierfür haben wir auch eine Lösung, die sogenannte Brandschutzklappen-Kleinsteuerung BKSIS. Wir konnten bisher nur Brandschutzklappen mit 24 Volt einbinden und jetzt neu eben auch 230 Volt. In den Lüftungsanlagen zur Signalgebung für die Bussysteme verwenden wir Rauchmelder und die Rauchmelder aus unserem Hause haben eine Besonderheit. Sie haben keine Detektionskammer, sitzen also wirklich kanalwandbündig in der Kanalwand und sind sehr einfach in der Reinigung, weil hier nur Ablagerungen wirklich auf der Sichtfläche anfallen können. Das sind nun Produkte, die ich Ihnen vorgestellt habe und Lösungen zur Sicherheit und für den Komfort und Effizienz in den Gebäuden. Unser Außendienstmitarbeiter vor Ort wird Ihnen sicherlich diese Produkte gerne persönlich vorstellen. Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, in einem Chat hier auf der ISAT-Plattform Ihre Fragen zu stellen und mit uns in Kontakt zu treten. Untertitelung des ZDF, 2020